Hi, Whip Guitar hier. Schön, dass du im dritten Video der Workout-Reihe dabei geblieben bist. Wir befinden uns jetzt in der dritten Position der C-Dur-A-Moll-Tonleiter und die sieht folgendermaßen aus. Wir beginnen im siebten Bund und spielen. So, bei Tempo 80 auf dem Metronrom wäre das dann freundermaßen. Eins, zwei, drei, vier. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Man kann das auch mit den ersten drei Fingern spielen, um die ein bisschen zu stressen und zu trainieren. So, diese dritte und vierte Position, jetzt sind wir in der dritten, sind Positionen, die sehr gut zu spielen sind. Da sie so schön parallel verlaufen. Noch die Lieblingspositionen der Schnellspiel-Gitarristen, weil sie sich sehr, sehr flott spielen lassen und auch leicht zu lernen sind, da du auf jedem Seitenpaar einen identischen Fingersatz hast. Okay, jetzt kommen wir zum Zweier-Pattern. Ich lasse immer eine Note aus. Wir gehen auf dem H, springen dann auf D. Okay, drei, vier. Ja, drei, vier. So, ihr seht schon, ich spiele einfach mit den Fingersätzen. Mal spiele ich das so, mal mit den beiden. Was dir besser gefällt, ist eigentlich die Lösung. Es gibt keinen zwangsweise vorgeschriebenen Fingersatz. Die Übergänge müssen passen, das ist der Schlüssel. Wenn du sie mit deinem Fingersatz gut hinbekommst, dann passt das, dann ist der richtig. So, jetzt noch das Vierer-Pattern. Zwei, zwei, drei, vier. So, jetzt noch mal. Musik So, das Vier auf diesem verdreifachten Tempo, das ist schon sehr schwer, ich probiere es nochmal, schauen wir mal, ob es klappt. Hier, hier mache ich dann so ein Fingerroll. Das Vier auf dem Tempo, noch cool. Und Zier. Beide funktionieren. So, das war Video Nummer drei. Position drei der C-Dur Amor Tonleiter. Ich empfehle dir zehn Wiederholungen der jeweiligen Muster. Also einmal die Tonleiter glatt durch. Zwei Vierer Pattern. Auf Tempo 80 oder höher, was dir gefällt. Und dann, wenn du den Fingersatz in deine Spielweise integriert hast, dann kannst du das Tempo erhöhen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Das war Wittgitar. Ja, das war Wittgitar. Ja, das war Wittgitar. Ja, das war Wittgitar. Vielen Dank.